Eigentlich fickt mich dieses Rap-Ding ja gar nicht mehr, denn würde ich mich da rein stressen, hätte ich bald schon keine Haare mehr. Der einzige Grund, warum ich ab und zu noch Rap-Hör ist, weil ich bei euch Wack-MCs einfach weghör. Unter tausend Blinden ist der Brillenträger-Boss, doch ich will weder Props noch chillen mit euch Schmocks, ich will flowen. M-I-C-A-O, setzt um die Krone auf den Topf, gibt mir Vito-Mikrofon und ich mach Welle. Ganz egal wie mein Gegner heißt, ihr habt eh nichts drauf, außer ein paar Penis-Lines. Microwave ist der Shit! Und das für die Ewigkeit, hau ab mit Autogramme, denn ich hab nur wenig Zeit, mein Terminkalender ist voll. Nicht wegen Geschäftsessen, sondern wegen VBT, den neuesten Textrappen, bin schon voll im Battle-Mode, also Acht geben. Sonst werden meine freshen Flows euch flachlegen. Rapper löschen ihre Quali aus dem Netz, denn Microwave ist M-H. Du kannst beiten, wie du willst, doch du weißt, doch du weißt, schon bald fliegst du hier raus. Rapper legen ihre Masken ab, denn sie wissen, ah, Microwave ist im Haus. Du brauchst dich gar nicht anstrengen, denn du weißt, denn du weißt, schon bald fliegst du hier raus. Du brauchst dich gar nicht anstrengen, denn du weißt, schon bald fliegst du hier raus. Du brauchst dich gar nicht anstrengen, apron nach 100이라는em confian um fier daher. Du brauchst dich gar nicht mehr anstrengen, denn du weißt, come� μου anstrengen, denn du weißt! Also, du brauchst dich gar nicht anstrengen, wenn du brauchst dich teGMf hole. Du bist ja nicht anstrengen, endell. Så dasEN kann dich einfach nicht anstrengen, wie dich my